Hallo zusammen, hier ist wieder Otschla und schon wieder für euch in Battle for Astro.de unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money, World of Warcraft Edition präsentieren. Ich habe mir nämlich wieder ein schickes Item gekauft und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe es blöderweise versehentlich schon erlernt und zwar ist es ein Toy, das schimpft sich ein dunkles Portal und das ist ein Hidden Toy, also sprich es wird normalerweise nicht in der Toybox angezeigt, bis man es lernt und das erhöht quasi auch den Maximalkounter dementsprechend. Ich habe insgesamt jetzt 622 von 623 Pets, die ich mir holen kann, oder nicht Pets, sondern Toys. Mir wird jetzt nur ein einziges Fehlen, wir müssen Promotion wieder anklicken und zwar das unerschöpfliche lila Feuerwerk, wenn man nachher noch was zu sagen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das Portal an, beziehungsweise schauen wir uns mal an, für wie viel Gold oder Euronen wir uns das geholt haben. Ich habe es mir nämlich auf der Cardmarket Seite gekauft gehabt für 300 Euro und vor einem halben Jahr war es noch für 245 drin. Also wir haben hier 50 Euro, 55 Euro sogar tatsächlich mehr gezahlt, was mich doch ein bisschen schmerzt. Aber ja, auch dieses Item ist eins, das sehr, sehr selten ist und dementsprechend gehen die leider immer ein bisschen weiter hoch und ich hatte jetzt das Pech, dass ich ein bisschen mehr zahlen musste als von einem halben Jahr. Aber gut, so ist das. Dafür sind wir jetzt hier mit den Toys, die ich mir auf jeden Fall kaufen kann, durch. Dieses Feuerwerk gibt es leider im Moment nirgends zu kaufen und wenn es das geben würde, dann wäre es wahrscheinlich verdammt teuer, schätze ich mal. Wir tragen jetzt unten einmal hier noch den Portalstein ein und zwar die 300 und das erhöht natürlich jetzt die Kosten für die Toys, die wir insgesamt bis jetzt gezahlt haben, um einiges. Und zwar sind wir jetzt bei 1405 Euro, was ich für Toys ausgegeben habe. Insgesamt Echtgeld haben wir 5000 Euro jetzt mittlerweile für Pets, Toys und allem Möglichen ausgegeben und overall mit dem, was wir quasi für Gold gekauft haben, das ist ja einiges. Mittlerweile habe ich so gut wie alles, was man an TCG-Sachen sich holen kann. Sind wir bei für Gold gekauftes, umgerechnet natürlich in Eurobeträge bei 7.847. Wie gesagt, diese Werte sind natürlich fiktiv. Ich habe Gold gezahlt und das sind einfach Werte, die ich aus dem Internet quasi genommen habe, was so die Durchschnittspreise für die Sachen sind, dann würden wir insgesamt bei 12.948 liegen. Wie gesagt, das ist so ein fiktiver Wert quasi. Den habe ich natürlich nicht wirklich ausgegeben. Gut, soweit dazu. Jetzt gucken wir uns natürlich den Portalstein an. Und zwar geben wir hier Portal ein. Ich habe es blöderweise schon gelernt. Ich hatte es vorhin am Inventar liegen und dann wollte ich draufklicken und habe mich missklickt und habe es gelernt, aber zumindest so kann ich euch zeigen. Also, was ist das für ein Item? Es ist einfach ein Ruhestein, den wir ganz normal hier auch haben, aber Ruhestein hat dann quasi ein anderes Aussehen und das sieht relativ cool aus. Ich zeige euch das mal. Wenn wir hier loslegen, dann ist unser Ruhestein-Design quasi hier das dunkle Portal und das macht schon was her. Ich dachte mir, komm, wir gehen jetzt hier nach Burning Crusade, dass es auch richtig wirkt. Jetzt können wir nochmal einen Ticken näher nochmal rangehen, dass ihr es ein bisschen besser seht. Also, es ist schon relativ groß tatsächlich, wie ihr seht. Also, da entscheint einfach das dunkle Portal. Ihr könnt euch das rausziehen und einfach ganz normales Ruhestein hernehmen. Ist natürlich ein teurer Spaß dafür, dass man einfach ein bisschen anderes Aussehen für den Ruhestein hat. Ich persönlich habe es mir aber jetzt wegen dem Sammler-Aspekt gekauft, um dementsprechend alle Toys langsam mal fertig zu kriegen. Mittlerweile sieht es ganz gut aus. Mounts habe ich soweit alle TCG-Dinger, die man holen kann. Insgesamt fehlt mir jetzt nur noch der Alseer von Nealothar. Vielleicht habe ich mir den auch schon geholt, bis das Video rauskommt. Das kann gut sein. Dann Toys fehlt mir jetzt hier, was zumindest angezeigt wird, nur noch das lila Feuerwerk. Wir können jetzt auch hier mal SA-Toys machen. Dann kommt hier diese komplette Tabelle, die wir einmal bei, halt, wo haben wir es, hier eingeben können. Bapp, 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 halt, das müssen wir noch rausnehmen. Einmal Ruff kopiert. Also ich bin hier gerade auf der Seite simplearmory.com und die liest alles aus. Die ist sehr gut, die Seite. Da kann man Pets, Toys, Achievements, alles nachschauen. Bloß das Problem bei Toys, weil die im Armory nicht drin sind, muss man die immer selber eintragen, sonst klappt das nicht. Und jetzt seht ihr hier die Differenz, sind noch zwei Toys, die mir fehlen würden. Eins ist hier dieses Feuerwerk und das andere ist eine Ogre-Götze. Und ich habe schon eine Ogre-Götze, aber da gibt es noch eine zweite quasi. Und das Problem ist, beide von diesen Items sind Special-Items, die man über Punkte erspielen konnte oder nicht erspielen konnte, sondern über Punkte bekommen hat, die man wiederum bekommen hat, wenn man TCG-Items in den alten Tagen eingelöst hatte. Da hat der Blizzard noch eine andere Seite zu Classic und Burning Crusade. Bloß diese Seite gibt es schon lange nicht mehr, die Punkte gibt es schon lange nicht mehr, deswegen kommt man an die Items nicht mehr ran. Die anderen TCG-Items, die beruhen ja auf Codes, die man von Karten kriegt. Und die gibt es noch, aber diese Seite, wo man die Punkte einlösen kann, die gibt es leider nicht mehr. Deswegen schätze ich mal, dass ich an die beiden Toys nicht mehr rankommen werde. Eins davon ist Hidden, also die eine Ogre-Götze, die wird nicht angezeigt. Das Feuerwerk aber schon, was mich jetzt ein bisschen ärgert, weil ich es wahrscheinlich nie kriegen werden kann. Und naja, mal gucken. Also da ist noch was offen. Und bei den Pets habe ich ja das Murky-Pad noch offen, das quasi von der BlizzCon 2005 ist. Kriegst es im Internet aber eigentlich auch kaum. Eines habe ich gesehen, ist für 5000 drin, was mir tatsächlich zu viel ist. Und dann, gut, jener fuhr es noch ingame, den Pad, so ein Rätsel-Pad. Mal gucken, wann die Secret-Finding-Discord das mal löst. Und dann gibt es noch so ein Murky, so ein Tyrael, warte, wo haben wir es hier? So ein Tyrael-Pad, was mir auch noch fehlen würde. Was auch so um die 1000 Euro kostet, das ist aber auch Hidden. Also es wird nur angezeigt, wenn man es dann auch gelernt hat. Heißt, es wären jetzt noch drei Items, die theoretisch noch fehlen würden. Aber alle drei sind realistisch, oder vier sind sogar, es sind zwei Pets, zwei Toys. Aber die beiden Toys, selbst wenn ich da Millionen an Euro reinbuttern wollen würde, die gibt es einfach nicht zu kaufen. Und das Murky und der Tyrael sind halt verdammt teuer. Also 1000 und 5000 Euro für ein Pad auszugeben, ist mir dann tatsächlich auch zu viel. Und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es die durch irgendwelche anderen Wege mal nochmal. Aber soweit nehme ich da erstmal ein bisschen Abstand von diesen beiden Geschichten. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich ja nochmal irgendwas. Aber zumindest die Sachen, die ich mir jetzt holen wollte, habe ich alle. Und ja, jetzt sind wir quasi fast am Ende von einer langen, langen Reise, was Collectible-Sachen angeht, was vor allem die TCG-Geschichten angeht. Und ja, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.